Nicht schießen! In Gotham brennt die Luft. Da ist eine völlig durchgeknallte Brandstifterin, die mit einem Flammenwerfer unterwegs ist. Lass uns erstmal da anfangen. Das hier ist ein Überfall! Und eine heiße Spur. Sie ist unsere Brandstifterin. Wir wissen nicht, wer die andere ist. Ich schon. Führt direkt zu einer alten Bekannten. Los, Hände hoch! Einen Scheiß werde ich tun. Gotham. Die neuen Folgen. Heute, 23.05 Uhr. ProSieben.